Schwall der Inspiration. Zitation und ihre Regeln. Okay. Löse beim Angriff von Verwirbelung beim Gegner einer Druckwelle an der Position des Gegners aus, die Gegner in eine Nähe physischen Chance zufügt. Okay. Okay. Also sollte man am besten jetzt mal Wind spielen, damit man die maximalen Punkte kriegt. Hm. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt muss. Finden wir es heraus. Ich habe jetzt keinen Wind dabei. Ich habe jetzt einen Wind dabei. Ich habe jetzt einen Wind dabei. Ich habe jetzt einen Wind dabei. Und hier ist das eine Leitere Trampших. Und das ist ein Wind dabei. Das war's für mich. Oh, sieht doch alles eigentlich ganz geschmeidig hier aus Na jetzt ist es aber mal gut hier Na also Ah, da ist er auch Sehr schön Mist, jetzt stand ich nicht in der richtigen Position Das war jetzt blöd Naja, aber trotzdem geschafft 2404 Punkte Hätte eigentlich einen Ticken besser sein können Aber mein Gott Man braucht ja nur 2000, also Injuckt das So, und dann holen wir nochmal unsere wunderbare Belohnung ab Und bis zum nächsten Mal, tschüss Und bis zum nächsten Mal, tschüss